Die wahren Drahtzieher der Politik, Rothschilds Bankenkartell, bad. Mr. Rothschild, how are you doing, sir? Mr. Rothschild! You know, the new world order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid. And we are waking up to the robberberons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Bro. Sein Blick, der sagt, Bruder, ich hab dich trotzdem an den Eiern, Junge. Da kannst du mir mit deiner Furchtlosigkeit kommen, wie du willst. Du bist gef***t. So im Blick ist das. Und mit Anteilen an bzw. dem Besitz der drei größten Fernsehsender vermeiden sie leicht die Aufmerksamkeit der Medien und kontrollieren sie. Das ist mal eine echte Rothschild-Doku, Freunde. Und zwei Tage vor Weihnachten, als die meisten Kongressabgeordneten schon zu Hause bei ihren Familien waren, wurde der Federal Reserve Act verabschiedet. Das ist der Ursprung der Sklaverei, in der wir heutzutage leben. Hier wurde ein Weltbankensystem erschaffen. Ein durch internationale Bankiers kontrollierter Superstaat. Sie arbeiten zusammen, um die Welt nach ihrem Belieben zu versklaven. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Eiern und Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt die wahren Drahtzieher der Politik. Rothschilds Bankenkartell. Bad. Fettetetet, man, Alter. Wir haben uns ja diese miese Propaganda-Rothschild-Dokumentation reingezogen. Mainstreamig angehaucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, zum Ausgleich müssen wir auch irgendwas reinziehen, was so ein bisschen in die Schwurbel-Richtung reingeht. Wo die Jungs innen mal so ein bisschen offensichtlicher exposed werden, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Das machen wir jetzt, Digga. Ist gefährlich, aber ist uns egal. Ich liebe euch, dass du Daumen hoch und da schreibst. Kommentierchen, abonniert den Kanal, werdet Mitglied, Digga, supportet den Bruder. I love you. Peter geht los. Und los. Man muss das wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopedien. Auf Schulen und Universitäten. Überall ist der Irrtum oben auf. Und das ist ihm wohl unbehaglich. Im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Facts. Mr. Rothschild. How are you doing, Sir? Mr. Rothschild. So, Mr. Burns jetzt hier, rein da. Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't go there, actually, no. The Bilderberg, you weren't there? No. Not this year. What went on now last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Do you have a couple of minutes for us, Mr. Rothschild? Yeah, a few of Mr. Rothschild. Bruder, aber stabil, dass der einfach zurückkommt und mit denen redet, so, ne? There's actually a question inside, because I was saying that the Federal Reserve is one of these organizations, I don't know, it's one of these organizations that a lot of people say is the source of any main projects all across the world, because it's a private bank that was started by your family. No, no, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Boah, das ist krass, Decker. Die gehen richtig rein. Können wir weitermachen und über die Verbrechen ihrer Familie an der Gesellschaft reden und so. Die New World Order hat keine Rechtmäßigkeit, Digga, aber Bruder, dem ist egal, der kommt zurück einfach und redet mit denen. So. Digga, der sagt, der sagt, der macht dir voll die Anlage, der sagt, wir haben keine Angst und so, egal wie viel ihr unter Kontrolle habt, dies, das, bla bla bla. Der sagt, wir haben euch trotzdem an den Eiern, mein Jutsch da. You know, the New World Order has no legitimacy and that we as a people are not afraid and we are waking up to the robberberons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Bro. Sein Blick, der sagt, Bruder, ich hab dich trotzdem an den Eiern, Junge, da kannst du mir mit deiner Furchtlosigkeit kommen, wie du willst. Du bist gefickt. So ein Blick ist das. Ja, der lacht doch voll, Digga. Der Wichser, Alter. Aber irgendwie flex, ne, irgendwie geil, sei ehrlich. Gib mir die Kontrolle. Ich lese das selber vor. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Zitat, Amschel Mayer von Rothschild. Guck's dir an, Digga. So, da gehst du da. Das ist doch der Ursprung von dem ganzen Shit, Bro. Das müssen die Leute heutzutage auch mal wieder richtig realisieren, so. Leute vertrauen echt in Politik rein. Die denken echt, oh, ich will eine Partei und dann werden die irgendwas verändern und die checken nicht, dass es da Menschen hinten dran gibt, die alles steuern und kontrollieren, Digga. Das ist so crazy. Also ich find das immer wieder faszinierend, wie Leute immer noch auf den Scheiß reinfallen. Da muss man überlegen, dieser Amschel Mayer vom Rothschild, ich will gar nicht wissen, wann der gelebt hat, so. Wie lange das schon geht. Der über das Geld einer Nation und das interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Isaak Elchanan, Geboren in Frankfurt am Main und von jüdischer Abstammung, erbaute im 16. Jahrhundert im jüdischen Ghetto das Haus zum Roten Schild in der Judengasse 69. Krass. Seine Enkel und deren Nachfolger Amschel Moses Rothschild betrieben ein »Moses, Digger, tschüch« »fache Geldwechsel« »und Isaac, Digger, schön die biblischen Namen rausgepickt, sagst du?« »schäfte. Und einer seiner fünf Söhne, Amschel Mayer Bauer, der das Geschäft erbte und seinen Namen zu Rothschild änderte, gilt als Gründer des Hauses Rothschild. Amschel Mayer Bauer hatte fünf Söhne, die er in die Hauptstädte Europas sandte, nach Wien, London, Neapel und Paris. Um Zweigstellen des familiären Bankgeschäfts zu eröffnen. Die Rothschilds wurden schnell unglaublich reich. Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten sie das Bankengeschäft in Europa und waren sicher die reichste Familie der Welt. Evelyn de Rothschild, die zweitreichste und mächtigste Person auf dieser Erde, ist vertrautester Ratgeber von Königin Elisabeth II. Er ist auch der Herr über die Finanzhauptstadt der Welt, die City of London. Lord Rothschild und seine Machtzirkel verbergen ihre Identitäten hinter 13 Stadtratsmitgliedern, die ihnen als ihre Repräsentanten dienen. Die geheimen Finanzaufzeichnungen der Familie Rothschild wurden niemals geprüft oder begründet. Forscher schätzen das Vermögen der Rothschilds auf mindestens 350 Milliarden Dollar. Räumen aber gleichzeitig ein, dass es vermutlich wesentlich höher ist, weil die finanziellen Verflechtungen und Investitionen der Familie so undurchschaubar sind. Einzelne Spekulationen reichen bis zu einer Billion US-Dollar. Neben all den Burgen, Palästen, Ländereien, Winzereien, Rennpferden und exotischen Rückzugsorten, die sie im Laufe der Zeit erworben haben, kauften Rothschild auch die Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press. Und mit Anteilen an bzw. dem Besitz der drei größten Fernsehsender vermeiden sie leicht die Aufmerksamkeit der Medien und kontrollieren sie. So, das ist mal eine echte Rothschild-Doku-Freunde. Medien sind eine Art Sprachrohr zum Bewusstsein der Bevölkerung. Liegt dieses mächtige Instrument in den falschen Händen, kann es mehr Schaden anrichten als alle verfügbaren Atomwaffen zusammen. Fühlig. Die einflussreichen Nachrichten und Presseagenturen wohnen im Anus der Hochfinanz. Während Napoleons Schlacht bei Waterloo überlisteten Rothschild die anderen Bankiers und gewannen so noch mehr an Reichtum und Einfluss. Rothschild besaßen mehr Geld als alle anderen französischen Bankiers zusammen. Während des Ersten Weltkriegs wurden Rothschild auch den reichsten in Amerika, aber unbekannt, verdeckt hinter dem Namen J.P. Morgan. Mit künstlich produzierten Krisen war es ihnen möglich, andere Banken billig aufzukaufen und sich so der Konkurrenz zu entledigen. Der Zweite Weltkrieg und die Manipulation der Politik ermöglichten schließlich die Erschaffung einer Zentralbank und sogar einer Weltbank, die sicherlich unter dem Einfluss von Rothschild stehen. Das ist so krass, wenn du überlegst, ne? So, und die Leute, die das gegründet haben, die sitzen an der Titte, Bruder. An der Titte. So, doch, aber so, die sitzen am Euter. Die haben die... Bro, Bro. Bro. Die kannst du auch nicht mehr... Die kriegst du nicht mehr weg, Digga. Weißt du, was ich meine? Die sind am Ursprung. Die sind da... Bruder, die sind... Wir sind alle gefickt. Die nuckeln. Oder die melken die Kuh, aber sowas von. Die machen, was sie wollen, Digi. Ja, safe. Du musst überlegen, mit jedem... Wenn du am Ursprung dabei bist, bei der Gründung Federal Reserve, Weltbank, dies, das und du hast da dein... Du bist am Anfang mit dabei. Alles, was passiert, du machst Profit. Egal, was passiert. So, egal, was. Dings geht runter, geht hoch. Außer das ganze Finanzsystem bricht zusammen. Und selbst dann, Bro, sind die bestimmt irgendwo abgesichert. Aber das ist doch so eine krasse Position, das musst du dir mal vorstellen. Kein Wunder, dass du dann so krank wirst auch. Du hast hier keine Gefahr mehr, kein Risiko mehr im Endeffekt auch. Auch verdeckt und geheim, wie es immer schon gewesen ist. Über die Jahrhunderte haben Rothschild ein enormes Vermögen angehäuft. Unmoralisch, betrügerisch, spekulativ, teilweise verbrecherisch. Und das ohne jegliche Kontrolle und Offenlegung. Alles im Geheimen und ohne Strafverfolgung oder Konsequenz. Rothschild und ihre Vorfahren haben Präsidenten ausgewählt, Aktienmärkte bis zum Crash manipuliert, Nationen in den Bankrott getrieben, Kriege dirigiert und den Massenmord und die Verarmung von Millionen gefördert. Ist so. Alle Währungen der Welt orientieren sich am Dollar. Das heißt aber auch, wer den Dollar beherrscht, beherrscht das Weltgeldsystem. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Federal Reserve Bank eine Privatbank ist und insofern keinen Kontrollen seit 1971 mehr unterliegt. Auch keiner Bindung an Gold. Die können drucken, was das Zeug hält und damit schaffen sie Geld. Dass das nicht in den USA längst zu einer grandiosen Inflation geführt hat, hängt damit zusammen, dass sie es in die Welt drücken konnten. Sie haben die Welt gezwungen, diese Leitwährung der Welt als Zahlungsmittel anzuerkennen. Und wer das nicht anerkannte, wurde von heute auf morgen zum Terroristen erklärt und wurde erledigt. Zeitzeugen berichten, dass Chip Morgan, einer der reichsten Bankiers im Jahre 1907 und Agent der Familie Rothschild, damals gezielt Gerüchte über den Bankrott einer New Yorker Bank in Umlauf brachte. Dies führte unter anderem zur Panik von 1907 und damals zu einem der bekanntesten Bankenstürme der Geschichte. Als Reaktion auf diese durch morgen erzeugte Massenpanik sollte dieser nun eine Kommission schaffen, um solche Krisen künftig zu vermeiden. Die Agenda dieser Kommission, die von Nelson W. Aldrich, einem Schwiegersohn der Rockefellers, entwarf man 1910 einem Geheimtreffen auf Jekyll Island, dem Ferienanwesen von J.P. Morgan. 1910 wurde ein geheimes Treffen auf einem Landgut J.P. Morgans auf Jekyll Island vor der Küste Georgias abgehalten. Dort wurde der Zentralbankgesetzesentwurf, genannt Federal Reserve Act, geschrieben. Dieses Gesetz wurde von Bankiers geschrieben, nicht von Gesetzgebern. Dieses Treffen wurde so sehr geheim und so gründlich von Regierung und Öffentlichkeit ferngehalten, dass die etwa zehn Teilnehmer sich Decknamen gaben, als sie sich auf der Reise zur Insel befanden. Nachdem der Gesetzesentwurf fertig war, wurde er ihrem politischen Frontmann Nelson Aldrich übergeben, damit dieser ihn durch den Kongress drückt. Unter politischer Schirmherrschaft der Bankiers wurde Woodrow Wilson 1913 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Austausch für die Unterstützung seiner Präsidentschaftskampagne hatte er bereits vorab den Federal Reserve Act unterschrieben. Und zwei Tage vor Weihnachten, als die meisten Kongressabgeordneten schon zu Hause bei ihren Familien waren, wurde der Federal Reserve Act verabschiedet. Zwei Tage vor Weihnachten, Digga. Wilson machte ihn zu geltendem Recht. Der Federal Reserve Act war nicht das einzige verfassungswidrige Gesetz, das durch den Kongress geboxt wurde. Sie brachten nämlich auch die Einkommenssteuer durch. Die Ignoranz der amerikanischen Bevölkerung gegenüber der staatlichen Einkommenssteuer ist absolut bezeichnend dafür, wie stark das geistige Niveau der Bevölkerung absichtlich gesenkt wurde. Crazy, Digga. Zunächst einmal ist die staatliche Einkommenssteuer komplett verfassungswidrig, da es eine direkte, nicht aufgeteilte Steuer ist. Alle direkten Steuern müssen gemäß der Verfassung unter der Bevölkerung aufgeteilt werden. Zweitens wurde der Verfassungszusatz, der die Steuer vorgeblich legalisierte, niemals von ausreichend vielen Staaten ratifiziert. Dies wird sogar in aktuellen Urteilsverkündungen zitiert. Drittens, heute werden dem durchschnittlichen Arbeiter etwa 35% seines Einkommens allein durch diese Steuer abgenommen. Das bedeutet, dass sie etwa vier Monate des Jahres arbeiten, nur um diese Steuerschuld zu erbringen. Und raten Sie mal, wo dieses Geld hinfließt. Es wird dazu verwendet, die Zinsen des betrügerischen Federal Reserve Systems zu bezahlen. Und die können drücken, wie viel die wollen, Bruder, wie geil ist das denn, Alter, wie die uns schön in die Sklaverei reingetrieben haben, ist crazy. Ein System, das überhaupt nicht existieren müsste. Das Geld, für das sie vier Monate des Jahres arbeiten, wandert beinahe buchstäblich in die Taschen der internationalen Bankiers, die die private Federal Reserve Bank besitzen. Und viertens, trotz der vielen Regierungsbehauptungen, dass diese Einkommenssteuer legal wäre, gibt es de facto kein Gesetz, kein geltendes Recht, das sie dazu zwingen würde, diese Steuer zu bezahlen. Punkt. Ich zahle 42, ich zahle auch knapp 50. Die Einkommenssteuer ist nichts anderes als die Versklavung des gesamten Landes. Aber die Kontrolle über die Wirtschaft und das fortlaufende Rauben von Wohlstand sind nur eine Seite des Zauberwürfels, den die Bankiers in Händen halten. Das nächste Werkzeug zu mehr Kontrolle und Profiten ist Krieg. Seit der Einführung der Federal Reserve Bank im Jahr 1913 wurden mehrere große und kleine Kriege begonnen. Die bedeutsamsten waren der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und Vietnam. Es ist wichtig, eindeutig zu verstehen, dass die Federal Reserve ein privates Unternehmen ist. Es ist etwa so federal wie Federal Express. Es legt die Unternehmenspolitik eigenständig fest und wird von der Regierung praktisch nicht kontrolliert. Es ist eine Privatbank, die die gesamte Währung gegen Zinsen an die Regierung verleiht. Das ist so krank, Digger. Das ist so krank, Bro. Das ist genau das betrügerische Bankensystem, dem Amerika durch die Unabhängigkeitserklärung zu entkommen versucht hatte. Hier wurde ein Weltbankensystem erschaffen, ein durch internationale Bankiers kontrollierter Superstaat. Sie arbeiten zusammen, um die Welt nach ihrem Belieben zu versklaven. Die FED hat sich widerrechtlich der Regierung bemächtigt. Der Öffentlichkeit war gesagt worden, dass das Federal Reserve System ein ökonomischer Stabilisator sei und dass sowohl Inflation als auch ökonomische Krisen der Vergangenheit angehören würden. Wie die Geschichte gezeigt hat, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Vielmehr hatten die internationalen Bankiers jetzt eine hochmoderne Maschine zur Verfügung, um ihre Ziele zu erreichen. Ich schwöre es dir, Digger, das ist so heftig. Das sollte eigentlich jeder in der Bevölkerung wissen, wie das damals aufgebaut wurde und was das eigentlich ist. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was das eigentlich ist, die Federal Reserve Bank. Von 1914 bis 1919 beispielsweise erhöhte die FED die Geldmenge um fast 100%, was zu umfangreichen Krediten an kleinere Banken und die Öffentlichkeit führte, um dann 1920 die Geldmenge wieder massiv zu reduzieren. Das ist eigentlich Schulstoff, müsste eigentlich in der Schule beigebracht werden, aber normal bringen die das nicht bei. Sie mussten die Banken riesige Mengen an Krediten kündigen, was letztlich genau wie 1907 zu Bankruns, Pleiten und einem Wirtschaftskollaps führte. Mehr als 5400 konkurrierende Banken außerhalb des Federal Reserve Systems brachen zusammen, was die Konsolidierung der Gruppe internationaler Bankiers weiter vorantrieb. Jetzt, ohne weitere kritische Töne McFadden's, entschieden die Federal Reserve Banker, dass der Goldstandard abgeschafft werden sollte. Um das schaffen zu können, mussten sie an das im System verbliebene Gold kommen. Also wurde unter dem Vorwand, dabei zu helfen, die Depression zu beenden, 1933 eine Beschlagnahmung allen Goldes durchgeführt. Unter Androhung von 10 Jahren Gefängnis musste jeder in Amerika seine Goldbahn zur Schatzkammer bringen, 33. Boah, das ist auch... dass sowas passiert ist... Digga, das ist voll das heftige Video, sag ich dir ehrlich, ne? ...womit der Öffentlichkeit tatsächlich auch noch der letzte Besitz geraubt wurde. Wow! Am Jahresende 1933 wurde der Goldstandard abgeschafft. Wenn man auf eine Dollarnote von vor 33 schaut, dann steht dort, in Gold einlösbar. Schaut man heute auf eine Dollarnote, steht dort, gesetzliches Zahlungsmittel. Jau! Was bedeutet das? Kurz mal den Wert einfach weggenommen. Krasse Scheiße, jetzt können die drucken, 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 was das so geht. Durch absolut nichts gedeckt wird. Es ist wertloses Papier. Es ist einfach Papier, Digga, und wir ficken unser Leben dafür, ne? Muss man überlegen, wie Menschen jagen ihr ganzes Leben lang dieses Papier. Und kriegen es vielleicht nicht. Und waren die ganze Zeit auf der Jagd nach diesem Papier und sterben dann so. Und haben gar nicht richtig gelebt. Wir sind so tief drin in der Scheiße und es wird immer schlimmer. Weißt du? Crazy, Mann. Und wenn du dann realisierst, dass es eigentlich gar keinen Wert hat, es hat einfach gar keinen Wert. Es ist einfach nur Papier. Nicht mehr und nicht weniger. Der Andrew Tate hat es mal gut gesagt. Er hat gemeint, ich war arm und ich wollte unbedingt Geld haben. Und dann habe ich mich eingesperrt in meinem Zimmer und so lange studiert, bis ich verstanden habe, wie das Geldsystem funktioniert. Und dann habe ich gecheckt, dass das Geld keinen Wert hat. Und dann war ich noch mehr abgefuckt. Und dann hat er Geld gemacht, so weißt du? Das ist schon ein sehr wichtiges Video, mal so das Bankensystem zu verstehen und auch die Mechanismen und so, dass du das mal auf dem Schirm hast, weißt du? Das Einzige, was unserem Geld einen Wert verleiht, ist, wie viel sich davon in Umlauf befindet. Dementsprechend ist die Macht, die Geldmenge steuern zu können, auch die Macht, den Wert des Geldes steuern zu können. Was wiederum die Macht ist, ganze Wirtschaften und Gesellschaften auf die Knie zwingen zu können. Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. So, genau das meinte ich eben gerade mit, man muss das verstehen. Normal. Wenn die Menschen alle verstehen würden, dass sie Sklaven sind, so dann... Aber ey, Menschen haben auch verstanden, dass wir bei Corona verarscht wurden. Und, weißt du, was ich meine, hat er trotzdem nichts gebracht. Also, wir sind schon so tief in der Matrix drin, dass selbst wenn alle verstehen würden, dass wir gefickt werden und Sklaven sind, sich wahrscheinlich trotzdem nichts ändern würde. Das Federal Reserve System ist ein seltsames Geschöpf. Es ist einfacher zu sagen, was es nicht ist, als was es ist. Die meisten Leute denken, es ist eine Regierungsbehörde, ist sie nicht. Gebildete Leute denken, es ist eine private Bankengesellschaft. Sie haben zur Hälfte recht, aber es ist nicht wirklich ein privates Unternehmen. Es ist ein Hybridsystem, und, um es noch komplizierter zu machen, können wir sagen, es ist ein Kartell. Das Erstaunliche ist das, dass Federal Reserve System ein Bankenkartell ist. Es ist nicht anders als ein Bananenkartell, ein Ölkartell oder ein Zuckerkartell. Ein Koks-Kartell. Es ist ein Bankenkartell. Es ist eine Gruppe von sehr großen und mächtigen privaten Bankinteressen, die ein Kartell gebildet haben. Sie brachten die Bundesregierung dazu, als Partner mitzumachen, um die Kraft des Rechts zu nutzen und die Kartellabsprachen zu erzwingen. Wenn ein Mitglied des Kartells aussteigen will, die Vereinbarung verletzt oder sie zum Beispiel Preisabsprachen bricht, und wenn eines der Mitglieder die Preise anheben will, gegen die Vereinbarung, gibt es keine Möglichkeit für sie das Mitglied zu disziplinieren und das Mitglied zum Einhalten der Absprachen zu zwingen. Aber wenn Sie die Regierung in das Kartell aufnehmen und diese Vereinbarungen in ein Rechtssystem einbinden, sind jetzt alle Mitglieder gesetzlich verpflichtet, die Vereinbarungen zu halten, oder sie gehen ins Gefängnis. So ist es, dass Kartelle im Laufe der Geschichte immer wieder versucht haben, eine Partnerschaft mit einer Regierung zu bilden in der Gegend, in der sie tätig sind. Kenne ich aus Mexiko. Und so kommen wir zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass das Federal Reserve System im Grunde ein Kartell, ein Banken-Kartell ist, das eine Partnerschaft mit der Bundesregierung der Vereinigten Staaten eingegangen ist, sodass die Bundesgesetze verwendet werden können, um die Kartell-Vereinbarungen zu sichern. Crazy, miese Recherche, Alter. Passt dir auf, Freunde, schreibt dir mit, habt ihr Zettel und Stift dabei? Und Aluhut natürlich. Als ich anfing nachzuforschen war es ein echter Schock für mich. Ich dachte, wie die meisten Menschen, dass die Federal Reserve eine Dienststelle der Regierung war. Dass sie zum Schutz der Menschen gebildet worden war, um sie und mich zu schützen, die Wirtschaft zu stabilisieren und sicherzustellen, dass wir keine hohe Inflation und Arbeitslosigkeit bekommen und andere schlechte Dinge. Wenn der Vorsitzende der Federal Reserve vor dem Kongress oder vor den Fernsehkameras tritt und erklärt, warum er die Leitzinsen erhöht oder senkt oder was auch immer, wird er behaupten, wir tun es für die Menschen. Wir taten es, um die Abkühlung der Wirtschaft zu verhindern oder um die Wirtschaft zu stimulieren, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Oder was auch immer. Es soll jedes Mal den Anschein erweckt werden, es würde für die Menschen getan. Er kann schlecht sagen, wir taten es, um den Banken zu helfen. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Die Leute würden sagen, was hat er da gesagt? Es ist ein Kartell. Es ist eine hybride Organisation. Es gibt nur sehr wenige wie diese. Sie hat den Anschein einer staatlichen Behörde, weil die Regierung beteiligt ist und es hat den Anschein von einem privaten Unternehmen, weil es tatsächlich im Besitz von Privatbanken ist. Aber es ist keines von beiden. Es ist voll krass, Digger. Ein Hybrid. Und wenn es zum Beispiel um die Eigentumsverhältnisse geht, sind in Wahrheit die Mitgliedsbanken die tatsächlichen Eigentümer des Federal Reserve Systems. Aber die Eigentumsrechte haben nicht die üblichen Vorrechte der Eigentümer. Zum Beispiel können die Banken die Anteile nicht verkaufen. Sie können etwas nicht verkaufen, was ihnen nicht wirklich gehört. Sie können sogar ihren eigenen Verwaltungsrat bestimmen. Was für eine Art Eigentum ist das überhaupt? Es ist eine Fassade, es ist ein Name, es ist ein Wort, das sie ihm gegeben haben. Doch es ist Eigentum der Banken, aber in Wirklichkeit ist es ein Hybrid, ein Kartell, das unter dem Schutz der Bundesregierung betrieben wird. Die Regierung hat dem Kartell ein Monopol für die nationale Geldversorgung gegeben. So was zulassen? Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Mitglieder des Federal Reserve Systems, das Banken-Kartell, die Wirtschaft so stark wie möglich haben will. Denn die ganz die goldene Eier legt, tötet man nicht. Aber Sie können sicher sein, dass wenn es ein Konflikt zwischen den Vorteilen des Kartells oder der Nation als Ganzes kommt, wird immer zum... Das ist doch der Ursprung davon, dass Politiker nichts mehr zu melden haben und Politiker halt einfach nur irgendwelche Marionetten und Handlanger sind, so weißt du? ...Vorteil des Kartells entschieden. Weil das ist, wer sie kennt. Sie machen Geld, das ist ihr Geschäft. Das ist der Grund dafür. Der Zweck des Federal Reserve System ist es, die großen Mitgliedsbanken im Wettbewerb zu schützen und ihre hohen Gewinnspannen zu erhalten. Wenn, wie wir es vor kurzem gesehen haben, einige der Banken in Schwierigkeiten geraten, zeigt das Federal Reserve System ihr wahres Gesicht und gibt die Verluste der Banken an die Steuerzahler weiter. Sie tun dies durch den Kongress, zur Erinnerung der Kongress ist der Partner des Federal Reserve Systems. Der Kongress sagt, dass die Banken in Schwierigkeiten sind und wir dürfen die Banken nicht pleite gehen lassen, denn das wäre schlecht für die Wirtschaft. Das wäre auch für euch Leute schlimm, also tun wir es für euch. Der Kongressabgeordnete gibt Geld frei, um die Banken zu retten, sie garantieren die Darlehen, sie garantieren die Zinszahlungen der Länder, die in Konkurs gehen würden und ihre Zinsen nicht an die Bank bezahlen könnten und so weiter. Mexiko, China oder Russland oder irgendein Land in Afrika oder Asien, sie können nicht bezahlen. Sie können nicht bezahlen. So sagt der Kongress, wir bezahlen für sie. Und es scheint wie eine humanitäre Sache, aber in Wirklichkeit ist alles was sie tun, die Übertragung von Steuerdollar von ihnen und mir zu diesen Ländern, so dass sie auch weiterhin Zinszahlungen an die Banken machen können. So dass die Banken diese Kredite nicht als faule Kredite abschreiben müssen. Ein weiterer Zweck des Federal Reserve Systems ist es, die Verluste der Mitglieder des Kartells, auf die Steuerzahler zu übertragen. Die meisten Menschen realisieren es nicht, aber wenn sie sich anschauen, wie es in den letzten Jahren betrieben worden ist, ist es sehr klar. Der Zweck des Federal Reserve System ist es, die Interessen der Bankenmitglieder zu fördern. Was wir hier haben, ist ein Bankenkartell. Die eingegangene Partnerschaft mit der Bundesregierung hat ihnen die Macht übertragen, das Geld der Nation zu erzeugen. Diese Banken, private Banken, haben das Monopol über die nationale Geldversorgung. Und das ist ein schäbiger Deal. Seit diesem hinterhältigen Kuh existiert, gesetzlich erlaubt, ein Kartell von Banken und Politikern, welches ohne Grenzen Geld drucken kann und dieses dem Amerikaner hat, gegen Zinsen ausleiht. Fazit Einige wenige Banken haben sich vor 100 Jahren durch die bewusste Ausnutzung der demokratischen Sprachstellen mit der FED die Kontrolle über die Weltwirtschaft erschlichen. Wäre es nun denkbar, dass der Westen dem Rest der Welt eine Demokratie mit Gewalt aufzuzwingen versucht, um solche Tricks auch dort wiederholen zu können? Ja, ja. Also, dass sie das machen und uns erzählen, warum die Krieg in Afghanistan oder hier und da machen. Ja, wir wollen denen auch Demokratie bringen und dies, das, bla, 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 um dann auch denselben Shit da durchzuziehen, sagst du? Das ist krass. Wusste ich jetzt nicht. Hatte ich jetzt so nicht im Hinterkopf auf jeden Fall. Der Originalzitat zur Finanzkrise von Peter Walzli, London-Korrespondent des Schweizer Fernsehens, lautet Als Ökonom musste ich mich von liebgewonnenen Gewissheiten verabschieden. Ich musste akzeptieren, dass vieles, was ich über Wirtschaft zu verstehen glaubte, schlicht und einfach nicht stimmte. Großbanken setzen die Regeln der Wirtschaft außer Kraft und lassen die Steuerzahler für ihre Fehler bezahlen. Auf meinen Reportagereisen in Irland traf ich Menschen, die bitter für die Fehler der Bankenmanager bezahlen. Das zu sehen, war teilweise nur schwer zu ertragen. Verbreiten Sie diese Informationen und helfen auch Sie mit, solche und andere Verbrechen ans Licht zu bringen. So, genau so. Die Rothschilds. Haben wir ja, oh shit, Alter, das ist schon der nächste Rothschild, Peter, oder was? Ich küss dein Herz, MrWissen2Go, der macht Propaganda, Digga, seh ich schon. Krasses Video, das war krass. Also das war gut als Gegenpol zum anderen Rothschild-Video, wichtig auch. Wichtig, weil das andere war ja Propaganda as fuck. So, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Hier hat man noch was über das Geldsystem gelernt. Federal Reserve, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Video. Also bitte ich auch drum, den Laden wieder zu verbreiten. So. Wichtig, Digga. Wichtig. Ich seh grad Keanu schon ein neues Video hochgeladen. Bruder, das nervt mich so krass, als ich keine Videos hochladen kann. Ah, hier, Jaysus. Leon Lovelock stellt sich Kritik von Franz Pöckler. Jaysus und Kosta Twitch-Highlight. Sollen wir mal reinschauen kurz, Digga? Oh, naja, geheilt werden. Könnte sein. Alles klar, Digga, ja, 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 ja. Verstanden, Digga. Gutes Feedback auf jeden Fall, nehme ich mir zu herzen. Liebe geht raus. Alright, Alter. Freunde, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Stream. Liebe an euch alle. Yes. Gang. Gang.